Pinsgauer Lokalbahn wird 120 Jahre. 1898 wurde die Pinsgauer Lokalbahn eröffnet. 120 Jahre später ist sie eine der wichtigsten öffentlichen Verkehrsadern von Zell am See bis Grimmel. Mit 40 Haltestellen wird die Region im Pinsgauer Zentralraum erschlossen. Rund 900.000 Fahrgäste jährlich, Schüler, Pendler sowie auch Touristen nutzen das attraktive Verkehrsangebot. Und wir bleiben auch gleich bei der Pinsgauer Lokalbahn. Skikarte ist gleich Fahrkarte. Bei uns fahren sie mit der Skikarte gratis. Ohne Stress und Stau bringt sie die Pinsgauer Lokalbahn zu den Top-Skigebieten in der Region. Für welche Skigebiete das gilt, finden sie auf unserer Homepage. Und die Salzburger G in den sozialen Medien. Wenn Sie gerne über alle Themen der Salzburger G auch über die sozialen Medien wie Facebook, YouTube oder Instagram informiert werden möchten, dann brauchen Sie uns dort nur abonnieren. Alle Informationen finden Sie natürlich auch wie gewohnt auf unserer Webseite.